Hallo Stefan, du bist gestern zum Bundesvorsitzenden der Piratenpartei gewählt worden und irgendwie hat man den Eindruck, da gibt es Streit. Was tun wir? Also ich glaube, dass wir im Augenblick tatsächlich noch so ein paar alte Konflikte haben, die einfach weiterschwellen. Und meine Hoffnung ist, dass wir eine Möglichkeit finden, miteinander zu reden. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder mal Diskussionen über Mammel geführt, zum Teil, wie du selber gesagt hast, mit 700 Teilnehmern. Das heißt, wir können das auch in großer Runde machen und was ich anbieten kann, ist einfach, lasst uns reden. Lasst uns die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und miteinander reden, wie wir gemeinsam weitermachen können. Da draußen hat sich so eine Art progressive Plattform gegründet, im Foyer. Du warst da. Sagst du den Leuten was? Redest du mit den Leuten? Ja, ich war explizit dort, um ihnen zu sagen, dass ich mit ihnen reden will, dass ich gesprächsbereit bin. Und ich habe das auch dort gemacht und ich glaube, man hat das auch durchaus vernommen. Ich freue mich auf spannende Diskussionen. Danke, Stefan. Gerne. Bis dann. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020